Die 1600er Marke, nein, nicht die 1600er, die 16.000er Marke natürlich beim DAX, die ist im Moment viel besungen. Viele gucken drauf und sagen, ist er drüber, ist er drunter. Wir waren ungefähr zur Eröffnung dort, beziehungsweise Schlusskurs, sind dann ein bisschen niedriger gestartet, hochgekommen und wieder tief gefallen. Naja, lassen wir das Ganze mal relativ stehen. Es ist ja wirklich kein Drama, was wir hier an Bewegungen im Moment haben. Man kann also nicht wirklich sagen, dass das jetzt hier dramatische Bewegungen sind. Aber mehr oder weniger zumindest mal kein Zeichen von Stärke, insbesondere so dieses hintere Ende für alle Intraday-Trader, die jetzt so ein bisschen drauf gucken. Der DAX zumindest mal nach dieser Geschichte. Guckt mal nach. Das ist hier eine Aufwärtsbewegung von hier beginnen bis dahin und dann haben wir hier eine Gegenbewegung, hier irgendwie was. Jetzt sind wir hier wieder so weit runter. Das ist alles nicht das Zeichen für Haupttrendrichtung. Ich würde mal eher sagen, sicher ist das natürlich nie, aber dass wir ganz gute Chancen haben, hier nochmal ein bisschen tiefer zu gehen. Ich denke, dafür spricht einiges im Sinne, dass das eben eher korrektiv ist. Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt noch ein restliches bullisches Bild im Sinne davon, dass das hier irgendwie eine Art Korrektur ist. Allerdings ist das ein bisschen eigenartig. Dann hätten wir hier den Anstieg als erstes, das da und dann würde hier das nochmal als nächstes hochkommen. Entscheidend dafür ist, und das ist ja sowieso immer das, was wir als Händler immer als Entscheidungskriterium noch nehmen, final. Gibt es hier einen Trigger sozusagen, eine Bestätigung für den Einstieg, so dass wir den Einstieg hier in den Markt bekommen. Nehmen wir mal an, der Markt geht jetzt tatsächlich eher schwach hoch oder ähnlich wie hier, nur umgekehrt. Umgekehrt, A, B, C, also nehmen wir es hier nochmal hin, so eine A, B, C, dann ist so ein starker Abverkauf, also stark jetzt in relativen Zügen hier, aber ein schneller Abverkauf hier in dieser Geschichte, durchaus nochmal zu erwarten. Und dann durchstoßen wir ja auch hier möglicherweise, je nachdem, wie hoch dieser Punkt ist und so weiter, oder wo das passiert. Es kann ja auch sein, dass er noch ein bisschen tiefer geht, bevor das passiert. Ja, dann tringern wir viele Marken auf der Unterseite, haben also nicht mehr steigende Tiefs. Das haben wir hier jetzt schon mal so die erste Mal durchstoßen hier. Die nächste interessante Marke wäre das Tief nachmittags, 11. Januar. Und dann ist ruckzuck eben diese Idee, dass das, was wir vorne haben, nach dieser mittleren Korrektur passiert, nochmal der Fall. Also wir haben eine ganz gute Andeutung dafür, dass der Markt dieses noch nach unten fortsetzt. Aber natürlich nur, oder idealerweise dann, wenn das korrektiv ist. Dreiwellig oder wackelig, extrem wackelig, viele Kursüberschneidungen. Je mehr Kursüberschneidungen, alles korrektiv anmutend. Und dann wäre ein Bruch, also machen wir das mal so, ein Bruch des Zwischentiefs hier, zack, der Trigger für Short, um mindestens mal das nochmal zu erwarten, aber mit Chancen auf eben deutlich mehr auch das nochmal zu erwarten und uns damit dann auch mal hier wieder so in dieses Mittelfeld dann nochmal reinzubringen. Wir erinnern uns, das ist ja sowieso nicht sehr untypisch als eine Marktbewegung. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ebenfalls noch realistisch ist. Was würde diese Sichtweise kaputt machen, wenn der Markt eben nicht wackelig hochkommt, sondern steil? Dann ist es offensichtlich nicht Short. Jetzt klingt das so, ja, wenn es steigt, ist es nicht Short. Ja, aber es kommt nicht nur darauf an, ob es steigt, sondern es kommt ja auch darauf an, welche Form das hat. Nochmal als Vergleich, sieht es so aus oder sieht es so aus und triggert er hier das Ganze? Das ist immer ganz entscheidend, das wird häufig weggelassen. Häufig ist so der Wunsch, Mensch, sag doch einfach, in welche Richtung das geht. Hör doch auf, diese blöde Gequatsche. Du behauptest doch, am Chart weißt du, die Zukunft zu lesen. Nein, genau das weiß ich nicht. Ich wiederhole das so häufig, weil das immer wieder eine Fehlinterpretation ist. Der Chart ist nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusehen. Überhaupt nicht. Und als Händler haben wir nicht die Aufgabe, die Zukunft vorherzusehen. Als Händler haben wir die Aufgabe, durchaus sinnvolle Geschäfte zu machen und zwar mehr, die Geld bringen, als die, die Geld verlieren. Es geht also gar nicht um das Absolute. Manchmal höre ich das so als Feedback so, ja, guck mal, da ist die Idee nicht aufgegangen. Ich kann euch garantieren, meine Idee geht ganz häufig nicht auf. Ich sage jetzt mal ganz grob, in der Hälfte der Fälle geht sie nicht auf. Klingt nicht sehr überzeugend. Und der ist Profi. Naja, ich bin nicht Profi im Vorhersagen, was passiert. Ich bin Profi, indem ich das, was ich umsetze, so mache, dass es dann aber nicht so schlimm ist. Also, sprich, wenn ich hier getriggert werde, habe ich ja beispielsweise diesen Arm mit Chancen auf das. Das heißt, ich habe ein relativ überschaubares Risiko, wenn ich den Stopp hier drüber setze. Aber einen größeren Gewinn oder vielleicht sogar einen sehr viel größeren Gewinn, das heißt 50% Trefferquote, wäre ja gar nicht das Problem für den Fall. Für den konkreten Einzelfall vielleicht natürlich schon, wenn ich dann daneben liege. Aber wenn ich das zehnmal mache, liege ich halt die Hälfte richtig, die andere Hälfte falsch. Nichts kann der Kerl, aber trotzdem habe ich mehr nachher als vorher. Also, ich hoffe, ihr seht, worauf ich hinaus will und dass ihr das versteht, wie wir als Händler da denken. Also, nicht so sehr als Wahrsager. Das ist natürlich Unfug. Sondern mehr als jemand, der versucht, die Situation eben sinnvoll zu nutzen, so gut es eben geht. Also, das wäre die Voraussetzung dafür. So, gucken wir mal kurz auf die Amerikaner. Die Amerikaner sind ähnlich immer noch unterwegs. Was die Möglichkeiten angeht, ist das also noch längst ebenfalls nicht vom Tisch. Allerdings ist hier so ein bisschen Stärke da beim Dow Jones. Jetzt gucken wir mal, wie es bei den Treibern ist. Und die Treiber sind ja im Moment die Techies wieder und dementsprechend mehr auf den S&P. Der S&P ist zwar eigentlich ein breiter Standardwerteindex hier, 500 Stück. Aber da sind die Tech-Titel sehr stark gewichtet und dementsprechend so relevant, dass man letztlich sagen kann, okay, Tech-Markt beeinflusst diesen Markt viel mehr als zum Beispiel den Dow und den DAX ja sowieso. Und der Tech-Markt per se, der Nasdaq, der ist eigentlich gar nicht so schlecht drauf. Ich habe hier extra nochmal so eine alte Zeichnung drin gelassen. Und da können wir mal gucken, kommt das jetzt so oder passiert das jetzt so? Möglicherweise haben wir jetzt hier gerade das hier, die erste, dann hier die nächste Korrektur. Und wenn er jetzt nochmal einmal hoch geht, dann würde ich sagen, dieser Korrekturbereich und dieser Korrekturbereich, vorne steil, Mitte steil, hinten steil, hätten wir einen Fünfweller nach oben. Und wir wissen, das ist immer so etwas wie Haupttrendrichtung, wenn es dann korrektiv runter geht, hätten wir sogar eine Chance nach oben. Das beißt sich jetzt ein bisschen mit der Idee beim DAX, aber wie gesagt, naja, die muss ja auch noch getriggert werden, wenn es dann wirklich um die Umsetzung gehen soll. Also insofern ist damit noch nichts verloren. Wenn der Markt jetzt aber diese Tiefs, Entschuldigung, diese Hochs jetzt hier, gucken wir nochmal ganz kurz, also dieses Hoch als erstes, kriegen wir es hin, reißt, hat er nämlich schon, kriegt das Ganze ein bisschen Fadenbeigeschmack. Wenn wir diesen erste, die erste Welle ist ja eigentlich eher fünfwellig hier, zack, bis dahin, das heißt, das hier von da bis da ist die zweite Welle, sieht ein bisschen komisch aus mit dem Überschießen, habe ich aber ganz häufig schon erklärt, machen wir jetzt nicht heute nochmal. Spätestens aber, wenn wir hier dann auch nochmal durchgehen, durch diese Marke, das ist kein Beweis dafür, aber es ist zumindest ein ernsthafter Hinweis, wie jetzt, ihr wollt wirklich nach oben, warum macht ihr da nicht? Hier ist im Moment noch scharf runter, A, B, C und nochmal scharf runter, noch ist alles safe, nur wenn der länger wird, also viel länger als der erste Teil und dann auch natürlich noch diese Marke, dann kippt das Bild der Stimmung auf die Abwärtsseite. Und würde dann ebenfalls unterstützen, dass der Markt nach unten eben doch noch ein bisschen mehr Schwung hat, könnte er durchaus vertragen. Wir hatten ja auch hier 1, 2, 3, 4, 5. Wenn der jetzt hier dieses als Korrektur, wäre das ein Trigger, das ist diese Marke hier, die liegt ungefähr bei 15.500, das ist das Tief vom 11. Januar nachmittags hier auch, wäre ebenfalls ein Trigger. Wer so lange nicht warten kann oder will, der kann natürlich auf dem Weg hier runter nach irgendwelchen wackeligen Aufwärtsbewegungen gucken und je nachdem, kann jetzt sein, dass es sofort kommt, kann sein, dass es erst noch weiterfällt und das kommt und hat dann die Chance, zumindest ein bisschen nochmal in die Abwärtsrichtung weiter reinzugehen. Vorsichtig allerdings, nach einer 1., 2., 3., 4., 5. kommt typischerweise erstmal eine Pause. Die Pause, die hier ist, ist quasi analog der Pause, die hier ist und anschließend, also ich mache das mal so, das wäre also der erste Teil, das ist diese Pause, das ist die hier aus dem Kringel und anschließend kann es dann weitergehen, so ähnlich wie wir das hier haben. Also wir sehen, hier ist der Kampf noch nicht entschieden, wie auch, aber wenn wir eben wackelig in die Gegentrendrichtung gehen und Trend im Kurzen ist jetzt abwärts, haben wir die besten Chancen und dass sich das noch fortsetzt und ebenfalls hier doch nochmal eine Nummer größer wird und wir damit rechnen müssen, dass es dann nochmal ein deutliches Stück tiefer geht. Ziel, wenn das wirklich so eine 1 zu 1 Kiste wird, der vordere Teil hier hinten nochmal, das muss nicht immer exakt gleich sein, aber dann haben wir auch die 14.400. 14.400 liegt in etwa auf Höhe des Tiefs vom 4. Oktober und wir wissen, da ist dann die nächste Unterstützung, solange da jetzt in dem Rahmen bleibt, wollen wir nicht so pingelig sein, aber da wird es dann langsam immer ungemütlicher. Dann kommen wir nämlich in den Bereich, den wir beim Dow, beim DAX mal gekennzeichnet haben, das ist dann vielleicht so diese Zone, wo dann noch wirklich die Entscheidung für die längerfristigen Bullen gefällt werden muss. Nicht relevant für heute Nachmittag, ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen eine Einsicht gegeben, wie wir drauf gucken, auf der einen Seite und was ihr vielleicht für heute so besonders auf eurem Fokus haben könnt. Euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.